Die CD-Taschen sind selbstklebend und können im hinteren Einbanddeckel eingeklebt werden. Die Taschen lassen sich immer wieder öffnen und verschließen. Analog dazu lassen sich auch USB-Taschen einkleben. Hierbei solltet ihr allerdings möglichst dünne Sticks verwenden, damit der Deckel nachher nicht hoch steht. Die Taschen lassen sich immer wieder öffnen. Die Taschen lassen sich immer wieder öffnen. Aber das ist übrigens eigentlich nicht schön schon. Die Taschen lassen sich immer wieder öffnen. Die Taschen lassen sich immer wieder öffnen. Vielen Dank.